Hallihallöchen und herzlich willkommen zum 22. Kapitel der Tremini-Fanfiction-Exit von Dada Lien. Ich hoffe, euch hat das letzte Kapitel gefallen, auch wenn es ein bisschen später kam. Und ja, ohne um den heißen Brei diesmal rumzureden und ohne weitere Ausschweife geht's direkt los. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kapitel 22 Lackschwarz Ich schaffe es, ohne mich zu okkludieren. Cranger ist knapp 48 Stunden bewusstlos und ich halte sie davon ziemlich genau 46 Stunden und 30 Minuten in meinen Armen. Das erste Mal, als ich ihr Krankenbett verlasse, tue ich es lediglich, um rasch zu duschen und meine blutdurchdrängte Kampfausrüstung gegen saubere Trainingsklamotten zu tauschen. Danach bin ich, abgesehen von einigen unvermeidlichen, sporadischen Besuchen im Badezimmer, durchgängig bei ihr, während es im Schockraum vor der Tür zu ihrem Privatzimmer immer stiller wird. Im Hauptquartier des Widerstands kehrt Allmählich wieder Ruhe ein. Lovegood zieht regelmäßig nach Cranger, checkt ihre Vitalparameter und führt immer wieder ihre Diagnosezauber aus, so wie sie es versprochen hat. Blaze kommt nur ein einziges Mal und bringt mir ein Buch, das ich allerdings nicht anrühre. Fünf Rebellen sind tot, so viel verrät er mir. Unter anderem Padma Patil und Angelina Johnson, um zwei der Opfer zu nennen, die ich persönlich kenne. Kannte. Man wird sie am nächsten Tag begraben. Nachdem Blaze das losgeworden ist, bleibt er noch eine Weile und leistet uns überwiegend stummen Gesellschaft. Dass er sich jeglichen Kommentar bezüglich Cranger und mir verkneift, zeigt mir deutlich, wie beschissen es ihm geht. Irgendwann verabschiedet er sich, indem er meine Schulter drückt. Er verlässt den Raum, ohne ein weiteres Wort. Lovegood und Blaze bleiben nicht unsere einzigen Besucher. Ginny versorgt mich mit den Mahlzeiten und schaut bei jedem ihrer Besuche ein bisschen weniger misstrauisch rein. Und schließlich lässt sich sogar Potter blicken. Allerdings begnügt er sich damit, mit verschränkten Armen in einer Ecke des Raums zu stehen und Cranger besorgt zu betrachten. Weasel Weasley kommt nicht. Ob das seine eigene Entscheidung ist oder die anderen ihn schlichtweg nicht reinlassen, hinterfrage ich nicht. Ich für meinen Teil starre fast die gesamte Zeit über an die Decke, wechsle manchmal unsere Position, um meinen protestierenden Rücken zu entlasten und hänge hauptsächlich meinen düsteren Gedanken nach. Cranger hatte verdammt nochmal recht. In seinem Zorn über unseren, nein, meinen Verrat ist der dunkle Lord unberechenbar und wir müssen endlich Fortschritte erzielen, wenn wir verhindern wollen, dass noch mehr Menschen sterben. Ich fühle mich verantwortlicher als jemals zuvor und das ist kaum ertragbar. Als Cranger sich zum ersten Mal bewegt, liegen wir beide auf der Seite und ihr Rücken ruht an meiner Brust. Einer meiner Arme befindet sich unter ihrem Kopf, den anderen habe ich um sie gelegt, doch glücklicherweise liegen beide Hände gut sichtbar vor ihr auf der Matratze. Ich schließe dennoch schnell meine Augen und tue das, was ich scheinbar inzwischen am besten kann. Ich stelle mich schlafend. Es läuft nicht einmal ansatzweise so ab wie an dem Morgen im Baumhaus. Diesmal gebe ich ihr absichtlich mehr Zeit. Kein gespieltes Husten, kein Gähnen. Ich kann spüren, wie ihr Körper sich versteift, als sie begreift, in was für einer Situation sie sich befindet. Dann dreht sie sich in meiner mehr oder weniger Umarmung langsam zu mir herum. Mir fällt augenblicklich ein, dass sie ja überhaupt nicht weiß, in wessen Gesicht sie gleich schauen wird. Doch ich bleibe ruhig, lasse meine Augen geschlossen und wappne mich innerlich gegen den Faustschlag oder zumindest die Backpfeife, die vermutlich kommen wird. Was passiert, ist nichts. Es müssen mehrere Minuten sein, in denen sie einfach nur da liegt und mich anstarrt. Ich kann mir bildlich vorstellen, was für ein Gesicht sie dabei macht. Gerunzelte Stirn, zusammengezogene Brauen, geblähte Nasenflügel, fest aufeinandergepresste Lippen. Aber ich wage es nicht zu blinseln und mich mit einem schnellen Blick davon zu überzeugen, dass ich recht habe, obwohl der Drang, genau das zu tun, fast schon überwältigend ist. Und dann tut Cranger etwas, mit dem ich im Leben nicht gerechnet hätte und das meine mühsam zusammengekratzte, oklomentikfreie Gleichmütigkeit der letzten zwei Tage zusammenfallen lässt wie ein schlecht aufgestelltes Kartenhaus. Sie rutscht näher an mich heran und lehnt sich in die Wärme meines Körpers. Ich kann mich gerade noch davon abhalten, überrascht nach Luft zu schnappen. Es ist kein richtiges Ankuscheln, keine Erwiderung meiner nach wie vor bestehenden Umarmung, aber ich spüre dennoch, wie ihre Wange sich gegen meine Brust drückt und ihr Brustkorb sich hebt und senkt. Danach verharrt sie einige lange Minuten, gefühlte Stunden, in dieser Position, bis sie sich schließlich von mir löst und die Decken zurückschlägt. Sie steht auf, langsam und vorsichtig. Wahrscheinlich, um erst einmal zu testen, ob ihre Beine ihr überhaupt noch gehorchen. Dann erklingen ihre zögerlichen Schritte auf dem Linoleum-Boden, der im gesamten Schockraum ausgelegt ist. Ich öffne meine Augen erst, als die Tür ins Schloss fällt. Der nächste Tag hält gleich mehrere Überraschungen für mich bereit. Die erste kommt in der Form eines unverhofft belauschten Gesprächs zwischen Lovegood und Longbottom, als ich nach dem Mittagessen auf dem Weg zu meiner Unterkunft bin. War wirklich nicht wütend auf dich? Erklingt Longbottoms Stimme ungläubig, als ich gerade in die Milchglastür des Schockraums passiere. Obwohl ich instinktiv weiß, dass diese Unterhaltung nicht für meine Ohren bestimmt ist, bleibe ich aus einem Impuls heraus mitten im Gang stehen und spitze genau diese. Nein, ich habe ihr die Auswertungen meiner Diagnosezauber gezeigt, antwortet Lovegood mit ihrer unverkennbaren, glockenhellen Stimme. Ich denke, das hat sie ein wenig besänftigt. Wieso das? Abgesehen von den Nachwirkungen des Fluchs waren es ihre besten Parameter seit Jahren. Sie hat bei keiner der quartalsmäßigen Routine-Check-Ups jemals so gute Ergebnisse erzielt. Nun, sie war bewusstlos, oder? Wirft Longbottom vorsichtig ein. Oh, ich meine nicht nur ihren Ruhepuls und ihre Atemfrequenz, flirtet Lovegood. Auch die anderen davon unabhängigen Werte. Die Hormonausschüttung zum Beispiel. Warum hast du die denn überhaupt kontrolliert? Fragt er verwirrt. Ich wollte einfach sicher gehen, dass ich mich nicht geirrt habe, schätze ich. Lovegood räuspert sich leise. Und als sie das nächste Mal spricht, klingt es so, als wäre sie mittlerweile viel näher an der Tür. Ich trete erschrocken einen Schritt zurück. Ich hatte mir schon gedacht, dass ich ihr Körper in Dracos Nähe wohlfühlen würde, und ich bin froh, dass er eingewilligt hat, bei ihr zu bleiben. Sie lässt nie jemanden an sich heran, und das ist verdammt ungesund. Jeder braucht jemanden, weißt du? Ich bezweifle zwar stark, dass Malfoys Nähe für irgendjemanden gesund ist, Liebling, aber ich bin trotzdem neugierig. Wie kommst du darauf, dass es sich bei ihm wohlfühlt? Lovegood stößt ein leises, amüsiertes Lachen aus. Neville, ich bitte dich. Die Körpersprache zwischen den beiden ist so deutlich, dass es mich wirklich erstaunt, dass es bisher kaum jemandem aufgefallen ist. Es ist geradezu lächerlich offensichtlich. Ich habe Placer nachgefragt, und er hat mir zugestimmt. Und abgesehen davon, was denkst du, warum sie dieses Schutzschild vor ihn geworfen hat? Hast du Ron überhaupt zugehört, als er bei der Nachbesprechung erzählt hat, was da draußen geschehen ist? Es herrscht eine ganze Weile Stille, und ich balle die Hände unwillkürlich zu Fäusten. Nun, du willst mir also ernsthaft weismachen, dass Hermine packt mich an und ich töte dich, Granger, neuerdings eine Schwäche für ausgerechnet Draco-Vorzeige tot, als er Malfoy hat, schnaubt Longbottom irritiert. Nenn ihn nicht so. Murmelt Lovegood sanft, und es erklingt ein Geräusch, das mir verrät, dass sie ihm einen Kuss gibt. Dann höre ich wieder ihre Schritte, diesmal lauter und deutlicher. Überzeug dich selbst. Wir sehen uns später, ja? Ich setze mich sofort in Bewegung und biege um die nächstbeste Ecke, nur um mich dort mit rasendem Herzen und wildkreisenden Gedanken gegen eine der blanken Bettungbände zu lehnen. Jetzt ist es quasi offiziell. Diese seltsame Spannung, diese Anziehung zwischen mir und Granger, ist alles andere als ein Hirngespinst meinerseits. Die zweite Überraschung erwartet mich drei Stunden später beim nachmittäglichen Kampftraining, von dem ich annehme, dass es am heutigen Tag entweder von Ronald Weasley oder von Blaze geleitet wird. Genau aus diesem Grund bleibe ich wie angewurzelt stehen, als ich Granger auf der bereits gut gefüllten Duellierfläche entdecke. Sie steht genauso lässig da, wie ich es von ihr gewohnt bin, obwohl sie nach wie vor blass und die Finger, die sie in ihr Schulterholster gehakt hat, immer noch leichtbläulich sind. Merlin, kann diese Hexe sich nicht einmal zwei Tage Ruhe gönnen, bevor sie wieder in den Ring steigt, nachdem sie gerade erst verflucht wurde? Ganz offensichtlich nicht, denn als die letzten Rebellen in den Raum schlüpfen, fängt sie sofort an, Anweisungen auszuspucken und Teams einzuleiten. Wenigstens, so stelle ich ein wenig besänftigt fest, hat sie heute scheinbar nicht vor, sich selbst an der Zauberei zu beteiligen. Malfoy? ruft sie plötzlich brüsk, woraufhin ich zusammenzucke. Auf ein Wort! Ich seufze, folge aber dennoch langsam zum Sportraum, auf den sie zielströmig zusteuert. Mir schießen direkt mehrere mögliche Szenarien durch den Kopf und ich ertappe mich dabei, dass die meisten davon etwas damit zu tun haben, dass sie ihre verführerischen, wenn auch blauen Lippen auf meine presst. Ich schiebe die Bilder vehement von mir. Falscher Zeitpunkt. Nachdem ich den Sportraum betreten habe, fällt die Tür ins Schloss und wir sind allein. Sie dreht sich zu mir herum und starrt mich mit einer absolut undeutbaren Mine an. Ich hebe langsam meine Augenbraue, entlocke ihr damit aber keine Reaktion. Wie geht es dir? Presse ich schließlich hervor, um die erdrückende Stille zu brechen. Gut genug, antwortet sie leicht hin. Sie räuspert sich kurz, bevor sie weiterspricht. Du hättest das nicht tun sollen. Einige Sekunden sehe ich sie fassungslos an, denn damit habe ich in der Tat nicht gerechnet. Wie bitte? Frage ich verwirrt. Ich kann quasi mit ansehen, wie sie sich vor meinen Augen verschließt. Ihre Schultern werden steif, ihre Iriden unmerklich dunkler und ihre Körperhaltung abweisender. Sie verschränkt sogar die Arme vor der Brust und hebt das Kinn. Es wirkt ein wenig trotzig. Es ist der Moment, in dem mir klar wird, dass Cranja zwar keine Oklomantik beherrscht, aber im Grunde exakt dasselbe tut. Nur auf die nicht magische Weise. Nun, ich meine mich daran zu erinnern, du hättest gesagt, du willst mich nicht anfassen. Was hat dich dazu gebracht, deine Prinzipien über Bord zu werfen? Wut. Oh, sie ist wirklich eine Expertin dafür, dieses Gefühl in mir auszulösen. Mein Kiefer spannt sich an und ich spüre einen Muskel in meiner Wange zucken. Ich habe dich nicht angefasst. Ach, und wie würdest du es dann bezeichnen, was du... Ich bin mit zwei großen Schritten bei ihr und baue mich bedrohlich für ihr auf, womit ich sie erfolgreich zum Schweigen bringe. Sie weicht zwar nicht vor mir zurück. Die Zeiten, in denen Cranja sich von mir hat einschüchtern lassen, sind seit mindestens sieben Jahren vorbei. Aber sie muss den Kopf in den Nacken legen, um mir weiterhin ins Gesicht sehen zu können, was zumindest eine kleine Genugtuung ist. Oh nein, das machst du nicht mit mir, Cranja. Vergiss es. Darauf kann ich verzichten. Zische ich ihr ins Gesicht. Wenn ich nicht genau wüsste, dass ich es um keinen Preis tun darf, dann würde ich sie vermutlich an den Oberarmen packen und schütteln. Aber ich reise mich zusammen. Wag es ja nicht, die Wahrheit zu verdrehen, nur um dich besser zu fühlen. Ich verdrehe nicht. Halt den Mund, unterbreche ich sie abermals schneidend und nehme leicht erstaunt zur Kenntnis, dass sie es tatsächlich tut. Ihre Lippen bilden einen schmalen Strich. Ich überspiele meine Überraschung und spreche einfach weiter. Du hast mir da draußen das Leben gerettet, verdammt. Nur Merlin weiß, was du dir dabei gedacht hast, deine Verteidigung ausgerechnet dafür, für mich, aufzugeben. Und ich schwöre dir, wenn du noch einmal so blöd bist, das auch nur in Erwägung zu ziehen, dann bringe ich dich eigenhändig um. Mein Herz rast und meine Zunge auch. Ich spucke die Worte aus, bevor ich darüber nachdenken kann, ob es wirklich klug ist, irgendetwas davon zu sagen. Aber ich kann nicht anders. Granger treibt mich einfach zu Weißglut. Ich wusste ein paar Stunden lang nicht einmal, ob du wegen mir auf dieser gottverdammten Straße verreckt bist. Weißt du, wie beschissen sich das angefühlt hat, Granger? Hast du überhaupt irgendeine Ahnung? Knurre ich, während meine Hände an meinen Seiten zucken, weil ich sie gerade am liebsten wegstoßen oder an mich ziehen würde. Um irgendeinen Standpunkt deutlich zu machen. Um mir zu zeigen, wie aufgewühlt ich bin. Wie hätte ich mir das verzeihen sollen? Hm. Ich habe nur versucht, es irgendwie gut zu machen, dass du deinen Kopf für mich riskiert hast. Also wage es ja nicht. Wag es nicht. Ausgerechnet das zu verwenden, um mich zu bestrafen. Oder sollte ich eher sagen, um dich selbst zu verarschen? Sie starrt mich erschüttert an und stößt ein leises, atemloses Geräusch aus, das wohl höhnisch klingen soll, sein Effekt allerdings vollkommen verfehlt. Ihre dunklen Augen huschen angespannt zwischen meinen hin und her. Ich erlaube mir einen kurzen, schnappartigen Atemzug, bevor ich meine Tirade fortsetze. Und du wusstest, dass so etwas passieren könnte. Habe ich recht. Grolle ich und hebe eine Hand, um zuerst auf sie und dann auf mich zu deuten. Meine Stimme überschlägt sich fast. Du wusstest es. Oder hattest zumindest Angst davor. Deswegen wolltest du mich nicht als Partner. Deswegen hast du darauf bestanden, dass ich nicht mehr nach Hogsmeade komme. Du hattest Panik, dass du die Kontrolle verlierst. Dass du dich um mich sorgen könntest, obwohl du mich doch eigentlich so sehr hassen solltest. Und du hast immer die Kontrolle, nicht wahr? Du bist es nicht gewohnt, sie abzugeben. Oder nach links und rechts zu schauen. Das hast du in den letzten Jahren komplett hinter dir gelassen. Und jetzt weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Sag mir, Granger, habe ich recht? Es ist das. Nein. Entgegnet sie schwach, aber ihr Blick verschwindet für einen Moment von meinem Gesicht und geistert unfokussiert durch den Raum, was mir als Antwort ausreicht. Nun, lass mich dir sagen. Ich weiß neuerdings leider ebenfalls, wie sich das anfühlt. Und ich lege sicherlich nicht mehr Wert darauf als du. Sie zuckt zusammen. Es ist das erste Mal, dass ich sehe, wie sie zusammenzuckt. Aber darüber hinwegzugehen und sich die Wahrheit auf Kosten des jeweils anderen zurechtzulegen, nur um sich selbst besser zu fühlen, ist eine ziemlich abgefuckte Lösung. Also, wag es ja nicht. Und mit diesem letzten, mühsam hervorgepressten Satz drehe ich mich herum und verlasse mit langen Schritten den Sportraum und auch den Duellier-Saal. Ich lasse das gesamte Training sausen und werfe keinen Blick zurück. Ich habe kein Danke von Cranger erwartet. Vielmehr hatte ich vor, mich bei ihr zu bedanken. Oder zumindest so etwas in der Art. Aber ihre defensive Reaktion hat mich so sehr aus dem Konzept gebracht, dass für Dankbarkeit gar kein Platz mehr ist. Das, was ich stattdessen verspüre, ist mir so fremd, dass ich den gesamten Weg bis zu meiner Unterkunft benötige, um es einzuordnen. Es ist Kränkung. Ihr Verhalten hat mich verletzt. Es ist schon spät, als es an der Tür meiner Unterkunft klopft. Ich bin immer noch wach, liege nur in Boxershorts und Socken auf meinem Bett und studiere ein paar der Aufzeichnungen mit den neuen Informationen von Daphne und Pansy, die Potter mir großzügigerweise überlassen hat. Ja, mache ich gedehnt, ziehe die Augenbrauen zusammen und blinzle durch das schwache Licht der Nachttischlampe in Richtung Tür. Ich erwarte Blaze, Creavy oder meinetwegen auch Potter höchstpersönlich und bin deswegen mehr als überrascht, als es Cranger ist, die den Raum betritt. Zu behaupten, dass diese Überraschung darin gründet, dass ich ihr am wenigsten zugetraut hätte zu klopfen, wäre wohl schlichtweg gelogen. Ich habe grundsätzlich nicht damit gerechnet, sie heute noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Erst recht nicht in meiner eigenen Unterkunft. Ihr Blick zuckt flüchtig über meine nackte Brust, als ich die Pergamente weglege und mich auf die Ellbogen stütze. Ich beobachte sie argwöhnisch, während sie langsam und stumm durch den Raum wandert. Ihre Fingerspitzen streifen die Wand, dann bleibt sie an der Ecke des Schreibtisches stehen. Sie ist immer noch blass. So verdammt blass. Warum bist du hier, Cranger? Frage ich gerade heraus. Es klingt fast schon erschöpft. Ich bin tatsächlich zu müde, um mich heute noch mit dir zu streiten. Seltsam. Immer sind es diese Abende, die sie sich aussucht, um mich aufzusuchen. Mich hat schon lange niemand mehr so zusammengestaucht wie du, musst du wissen. Entfamiert sie mich ruhig, ohne auf meine Frage einzugehen. Wieder erwarten klingt es nicht vorwurfsvoll, oder gar so, als würde sie eine Entschuldigung dafür verlangen, die sie allerdings ohnehin nicht bekommen hätte, sondern lediglich absolut neutral. Ich betrachte milde, verwirrte Gesicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, eine leichte Verunsicherung in ihren Augen zu erkennen. Doch abgesehen davon ist ihre Miene sorgfältig verschlossen. Sie erwidert meinen Blick aus dunklen Augen, was wohl hauptsächlich daran liegt, dass sie sich so weit von meiner Lampe entfernt positioniert hat, wie nur irgend möglich. Ich erkenne kein Funkeln darin, kein Glitzern, keine Spiegelung. Absurderweise macht mich das nervös. Ich nehme an, ich sollte mich bedanken, fährt sie schließlich emotionslos fort. Einer ihrer Finger tippt dabei einen unruhigen Takt auf dem lackschwarzen Holz der Schreibtischplatte. Luna hat mir gesagt, dass es gut für mich war, dass jemand bei mir geblieben ist. Nun, jetzt hat sie mich wirklich erwischt. Als mir bewusst wird, dass ich sie gerade ziemlich fassungslos anstarre, schließe ich rasch den Mund. Sie hat es zwar fertig gebracht, nicht auszusprechen, dass es gut war, dass explizit ich bei ihr geblieben bin, aber ich vermute, dass diese zwei Sätze aus ihrem Mund eine Entschuldigung-Danke-Kombination dennoch ziemlich nahe kommen. Ich weigere mich allerdings, es darauf beruhen zu lassen. Und nimmst du nur an, dass du es solltest, oder tust du es auch, stichle ich herausfordernd und hebe langsam eine Augenbraue. Granger verlagert ihr Gewicht auf das andere Bein. Ihre Trainingskleidung raschelt leiser. Dann lässt sie ihren Blick unbestimmt durch den Raum schweifen, ziemlich sicher, um meinem auszuweichen, und fixiert schließlich einen Punkt knapp unterhalb des immer noch sorgsam verhangenen Fensters. Danke, presst sie schließlich hervor und schluckt im Nachgang einmal schwer. Gern geschehen, gebe ich zurück, ohne eine Sekunde zu zögern. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Ihr Blick zuckt sofort wieder zu mir und wir sehen uns einige Sekunden fest in die Augen. Ich lehne mich langsam wieder in die Kissen und verschränke die Arme hinter dem Kopf. Ihre Körperhaltung entspannt sich ebenfalls ein wenig und das nehme ich wohl nur deswegen wahr, weil ich sie in letzter Zeit so verdammt oft studiert habe. Einige Sekunden lang herrscht Stille. Warum hängt da ein Umhang vor deinem Fenster? fragt sie plötzlich. Der abrupte Themenwechsel überrascht mich so sehr, dass ich einen Moment sprachlos bin. Doch dann blinzle ich und fange mich wieder. Nun, irgendein Vollidiot. Es ist eine gewagte Provokation, aber heute gehe ich das Risiko ein, ist scheinbar auf die Idee gekommen, in den Unterkünften magische Fenster einzusetzen, die rund um die Uhr gleißend helles Tageslicht simulieren. Mir soll irgendein Mensch dabei schlafen. Als Blaze mir meinen Zauberstab zurückgegeben hat, habe ich alle Zauber ausprobiert, die mir eingefallen sind, aber das Fenster ist ziemlich resilient. Ihr Mund formt ein kleines, kaum sichtbares O. Dann hebt sie langsam eine Hand und presst diese auf ihre Lippen. Ich kann mir nicht sofort einen Reim darauf machen, bis ich das Geräusch höre, das sie von sich gibt. Es ist ein leises, gehauchtes, wunderschönes Lachen und ich bekomme eine Gänsehaut am ganzen Körper. Fuck. Was ist so witzig, Granger? Stoße ich brüsk hervor, um diese erbärmliche Reaktion meinerseits zu überspielen. Das hatte ich vollkommen vergessen, murmelt sie kopfschüttelnd. Dann streckt sie die Hand aus und reißt druckartig den Umhang von dem Fenster, woraufhin ich mit einem Zischen meine Augen zusammenkneife. Sie murmelt eine unverständliche Beschwörung. Und dann, keine zwei Sekunden später, ist es wieder dunkel. Ich blinzle vorsichtig. Jetzt fällt nur noch ein schwaches Mondlicht durch die Scheibe, das dem ähnelt, das ich im Sportraum schon so oft beneidet habe. Sag mir bitte nicht, dass du das warst, stöhne ich. Eine leise, empörte Ahnung macht sich immer breit. Etwa mit Absicht. Hm, ich wollte es eigentlich nach ein paar Wochen rückgängig machen, flüstert sie und wirkt tatsächlich schuldbewusst. Ich fürchte, es ist mir durchgegangen. Granger, grolle ich. Ich schwöre, es sollte nicht dauerhaft sein. Sie lacht noch einmal. Rückblickend betrachtet, eine ziemlich kindische Idee, das gebe ich zu. Ich fahre mir resigniert durch die Haare, bevor ich sie kopfschüttelnd ansehe. Dir ist bewusst, dass das eine Foltermethode ist, oder dauerhaftes Licht, das keinen vernünftigen Schlafrhythmus zulässt? Du bist eine grausame Hexe. Sie wendet sich mir wieder zu und plötzlich schlägt die Stimmung um. Die Luft in dem Raum ist auf einmal so dick, dass ich das Gefühl habe, man könnte sie in Scheiben schneiden. Jegliche Leichtigkeit verfliegt. Grangers Augen liegen fest auf mir, samt meinem nackten Oberkörper. Und diesmal kann ich ihre Miene lesen. Ich atme tief ein und halte die Luft an. Warum bist du hier, Granger? Wiederhole ich meine Frage von vorhin und jetzt ist es fordernd, unbarmherzig, auch wenn ich vermute, dass sie mir denn noch keine richtige Antwort geben wird. Sie atmet ebenfalls tief durch. Die Finger ihrer einen Hand spielen in einer reflexartigen Übersprungshandlung mit dem Rand der Schreibtischplatte. Die andere Hand wischt eine Haarsträhne, die überhaupt nicht da ist, von ihrer Wange. Dann öffnet sie wieder die Lippen. Mir ist immer noch kalt, flüstert sie. Ich starre sie an. Eine Sekunde, zwei, drei, vier. Muss mir sogar auf die Zunge beißen, um zu verhindern, dass irgendetwas Dämliches aus meinem Mund platzt, was mit Sicherheit alles an dieser unfassbar fragilen Situation kaputt machen würde. Mein Blick wandert forschen zwischen ihren Augen hin und her, doch diesmal hält sie im Stand. Ich atme stoßartig aus, schlage die Bettdecke zurück und verschränke dann wieder beide Arme hinter meinem Kopf. Komm her, verlange ich und kann selbst hören, wie dunkel und raum meine Stimme dabei klingt. Fast so, als wäre es ein Befehl. Und Granger gehorcht. Ihre Füße setzen sich sofort in Bewegung. Im Gehen kickt sie ihre Boots weg, erst den einen, dann den anderen. Ihr Zauberstab landet samt Unterarmholster auf meinem Nachttisch. Als ich sehe, wie ihre Hände zu dem Knopf ihrer Kargehose fliegen, muss ich die Augen schließen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann sie erst wieder öffnen, als sie höher und spürbar unter die Decke schlüpft. Ich danke allen Göttern dafür, dass sie wenigstens ihr Langarmshirt angelassen hat. Und dann ist sie da. Schmiegt sich mit der vollen Länge ihres kleinen, zerbrechlichen Körpers an mich. Einer ihrer Arme schlängelt sich über meinen Bauch, ihr Kopf landet halb auf meiner Brust, halb auf meinem angespannten Bizeps. Und fuck, ich bin so froh, dass meine Hände hinter meinem Kopf verschränkt sind, denn ich kann ihnen nicht mehr trauen. Mein Herz rast in meiner Brust. Aber ihres auch. Ich kann es deutlich spüren. Und das ist zumindest ein schwacher Trost. Ich starre angestrengt an die Decke, atme tief durch und ignoriere die weiche Haut ihres nackten Beins an meinem Unterschenkel. Drei Überraschungen. Ein seltsamer Tag und mindestens drei verwirrende Überraschungen. Ich bin nicht mehr wütend. Ja, und mit dem nicht mehr wütenden Draco sind wir jetzt am Ende des Kapitels angelangt. Ich hoffe, euch hat die Jermaine Power in diesem Kapitel genauso gut gefallen wie mir. Ich lieb's. Und ja, mal schauen, was jetzt daraus in den nächsten Kapiteln wird. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffentlich bis nächsten Montag. Ganz liebe Grüße, eure Kauli. Ich fühle dich. Vi Chapter Jetzt ist gehe und whim